Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video An diesem wunderschönen Tag, meine Freunde, ihr seht's hier, wir haben wieder einen wunderschönen Gast dabei Oh, ne, ihr seht's gerade nicht, weil der einzige Gast, den ihr sehen könnt, ist Lukas, schade drum Kelly hat leider heute keine Camer, Kelly ist momentan Sorry, my face is ugly Nah, you're just naked, that's okay, Kelly Meine Freunde, wir werden uns heute mit Kelly die Blondinenwitze um die Ohren hauen im Hintergrund Gibt's ein ganz dopes Gameplay-Fortrag, bei Lukas im Hintergrund ist es bestimmt wieder irgendeine Sch*** zu sehen Und ich würde sagen, Leute, wir starten einfach direkt rein Kelly, hast du lustige Witze rausgesucht? Ey, oh, der Knaller, ich muss auch sagen, Blondinenwitze sind meine Lieblingswitze Weil du halt auch Blondine bist und dich damit identifizieren kannst, ne? Und alles, was echt geliebt ist, genau, und deswegen ist es witzig Okay, dann fangen wir an Was passiert, wenn sich eine Blondine an einem Baum anlehnt? Keine Ahnung, der Baum fällt um Hey, der Baum fällt um, aber warum? Weil der Klügeren nachgibt Ja, gut, schade, Kelly Aber warum versaust du das so? Starker Start auf jeden Fall, Kelly Was hat eine dunkelgefärbte Blondine? Künstliche Intelligenz Wie spielt Blondine russisches Roulette? Fünf Smarties sind eine Anti-Baby-Pille Oh, fragt eine Blondine eine andere Blondine Was ist eigentlich weiter weg, New York oder der Mond? Und sie sagt, hallo? Kannst du New York von hier aus etwa sehen? Alter, alter Das ist ja auch schon mal kaputt Kelly, wie macht eine Blondine ihre Frühstückseier? Na, am liebsten befruchtet, oder? Oh mein Gott Warum leckt eine Blondine immer ihre Uhr ab? Tick-Tack hat nur zwei Kalorien Oh, jung ist das dumm, Alter Ich wünschte Wie viele Blondinen sind nötig, um einen Schokoladenkuchen zu backen? Äh, alle Eine macht den Teig und vier schälen Smarties Was? Was? Ich hab keine Ahnung, was wir das sagen sollen Was sagt man zu einer Blondine ohne Arme und Beine? Ah, Hilfstädt hinten Ich komm so voll unerwartet an deinem Warum tauschen manche Männer ihre Blondenfrauen gegen Mülleimer? Weil beim Mülleimer die Öffnung kleiner ist und besser schmeckt Oh mein Gott Oh, Alter Oh, Junge Oh mein Gott Lukas, Alter Äh, ich hab mir die nicht vorgelesen vorher Ich hab auch nicht Deswegen bring ich jetzt einfach mal Blondine Kauf mir ein Kind Mann Kinder werden nicht gekauft, die werden geboren Blondine Gut, dann bohr mir eben ein Oh mein Gott Geht aber eigentlich auch Ja, also es geht Je nachdem, wie man halt das macht Dann kann man das auch bohren Warum sind Blondinen wie Cornflakes? Sie sind leicht, einfach und schmecken gut Was haben wir denn? Was haben intelligenten Blondinen und Dinosaurier gemeinsam? Beide sind bereits ausgestorben Eine Blondine hat mit ihrem Auto ein anderes Fahrzeug gerammt Brüllt der Fahrer Sie dummes Huhn Haben Sie überhaupt eine Fahrprüfung gemacht? Zischt die Blondine zurück Bestimmt häufiger als sie Ja, moin Was ist denn eine Blondine auf einem Gymnasium? Meistens nur Besucher am Tag der offenen Tür Da passt die nächste ganz gut Was ist eine Blondine mit zwei Hörnzeilen? Schwange Junge, Alter Junge, die sind voll heftig Jetzt kommt ein Witz, mit dem ich mich stark identifizieren kann Okay Was ist der Paarungsruf einer attraktiven Blondine? Uga, Uga Ich bin so betrunken Hey Kelly, das bist ja nicht Das bist ja einfach du Das bist ja einfach du Hä? Ich verstehe den Witz nicht, Marc Wieso? Der geht nämlich noch weiter Was ist der Paarungsruf einer hässlichen Blondine? Ich sagte, ich bin betrunken Ja, das bist du Ups Wie nennt man die Hände einer Blondine? Die Schwanzflossen Warum benutzt du eine Blondine einen grünen Lippenstift? Weil Rot Stopp bedeutet Der war ja so schade Ein Polizist will eine Blondine wegen eines Mordes befragen Er fragt sie Wie ist ihr Alter? Darauf die Blondine Der ist vollkommen Was? Ich check das nicht Sorry Blondine Blondine Kelly Achso Ich bin der Blondinenwitz Du bist der Richtig, genau Ich hab mich das erst verstanden Kelly, wann ist eine Blondine einen Euro wert? Wenn sie einen Einkaufswagen vor sich her schiebt Was ist der Unterschied zwischen der Titanic und der Blondine? Bei der Titanic weiß man, wie viel da drauf war Junge Alter Ey Mann, ich hab ihn nicht vorher durchgedehnt Das war In 10 Jahren gibt es in Deutschland einen Aufstand Warum? Dann haben die Blondinen die Witze begriffen, die man jetzt über sie macht Ich glaub nicht, dass das passiert Wenn man das in der Erlebnisse mal anguckt hier Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selbst Warte, was ist der Unterschied zwischen einem Yeti und einer intelligenten Blondine? Der Yeti soll schon mal gesehen wurden Was denkt eine Blondine von einem neuen Computer? Sie mag ihn nicht, weil sie RTL nicht findet Hä? Sehr voll Viel Mühe gemacht, mich aus den Fluten zu ziehen Mann, das nicht mühsam war, nur die drei anderen loszuwerden, die sie auch retten wollten Was denkt eine Blondine, wenn sie in 10 Meter Entfernung eine Bananenschale auf der Straße liegen sieht? Scheiße, gleich flieg ich auf die Schnauze Das ist dumm, Alter Sie läuft drauf zu Und fällt einfach hin Was? Sagt eine Blondine zur anderen Hä? Wieso lassen eigentlich so viele Leute die Beleuchtung im Haus an, wenn sie verreisen? Die meisten Einbrecher haben doch Taschenlampen dabei Stimmt eigentlich, ne? Die haben doch keine Taschenlampen, die haben Handylicht Ja, ist ja egal Kommt ja gleich hinaus, Kelly Was passiert, wenn eine Blondine Alzheimer bekommt? Der IQ geht rasant nach oben Da muss man sich auch mal kritisch damit auseinandersetzen Was bei Blondin Dummheit aussieht Hi, hab ich schon erwähnt, dass ich Blondine bin? Ich bin auch blond, Kelly, mach dir keine Sorgen Du? Geh, geh mit dir high five Ich bin auch blond Lukas auch Ich bin auch blond, ja Also dürfen wir Witze darüber machen, okay? Wir dürfen das Wisst ihr eigentlich, was Blondine auf Chinesisch heißt? Nein Was? Dummding Was ist der Unterschied zwischen einer Blondine und einem brümpftigen Hirsch? Die Blondine trägt mehr Sperma in sich. Ich weiß es auch gar nicht, Alter. Was soll denn das? Die Computerfirma IBM ist pleite. Sie haben eine Blondine eingestellt und die hat die ganzen Chips gefressen. Oh, ist das Spott. Ey, Scheiße. Mann. Das tut richtig weh. Wie kann man eine Blondine morgens zum Lachen bringen? Einfach Freitagsabends einen Witz erzählen. Wie bricht man einer Blondine die Nase? Man legt einfach 5 Euro und dann klappt es dich. Die kleine Blonde fragt, stimmt es, dass Kinder dort rauskommen, wo sie rauskommen? Die Mutter, ja meine Kleine, das stimmt. Die kleine Blonde, oh Gott, dann mache ich nie wieder den Mund auf. Oh, Bruder, musst du denn los? Was passiert hundertprozentig, wenn eine Blondine in die Luft schießt? Ja, es geht auf jeden Fall daneben. Oh mein Gott. Korrekt. Wohin geht eine Blondine, wenn sie mit einer Matratze durch die Stadt läuft? Zum Vorstellungsgespräch. Sie soll ihre Unterlage mitbringen. Oh Mann, Alter. Was haben Blondine und Strohballen gemeinsam? Beide sind blond. Ja, aber was unterscheidet sie denn? Ja, der Strohballen hat halt einen gewissen Nutzen für die Allgemeinheit, ne? Wie nennt man eine Blondine an der Uni? Putzfrau. Wie nennt man eine Blondine, wenn sie zu viel Wasser für ihren Tee aufgekocht hat? Einfrieren, heißes Wasser kann man nimmer gebrauchen. Wie kann man eine Blondine konfus machen? Gar nicht, die sind so geboren. Was macht man, wenn eine Blondine eine Handkarte da reinwirft? Handkarte. 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 Man löst die Sicherung und wirft sie zurück. Was? Korrekt. Ja, okay, war witzig. Ruf die Blondine beim Pizza-Service an. Eine Pizza Margherita, bitte, sagt die Blondine. Gerne. Soll ich sie in sechs oder in acht Stücke teilen? Oh, machen sie mal sechs. Acht schaff ich nicht. Hä? Ja. Was macht eine Blondine als erstes nach dem Sex? Sie öffnet die Autotür. Oh mein Gott. Ja. Aber warte dazu, warum können Blondinen nicht stöhnen? Weil sie immer den Text vergessen lassen. Boah, Junge, das ist so assi, Alter. Was ist der Unterschied zwischen Butter und einer Blondine? Man kann Butter so schlecht breit schlagen. Also halt nicht schlagen, sondern halt breit schlagen zum, ne? Ja, ja. Ja, gut. Ja, pass auf. Sag ich gerade, okay, warum geht Blondinen immer auf Zehenspitzen an Medizinschrank vorbei? Die wollen die Schlaftabletten nicht aufwecken. Warum nehmen Blondinen die Pille? Damit sie wissen, welcher Wochentag das ist. Alter. Was für ein Job bekommen Blondine in der M&M-Fabrik? Korrekturleserin. Eine Studie hat ergeben, dass Blondinen mehr Spaß haben. Aber sie können sich nicht erinnern, mit wem. Ja. Leute, ich würde sagen, dass... Also, ich glaube, wir sind jetzt auch hier am Ende angelangt. Was haben eine Blondine und eine Bratpfanne gemeinsam? Du musst sie erst heiß machen, bevor du das Fleisch reintust. Das halt bei der Bratpfanne, glaube ich, dann... Jetzt reicht's aber auch, Leute, das... Disgusting! Nehmt das bitte nicht allzu ernst. Wir sind alle selber blond und stumpf und dumm und hohl. Leute, schaut bei Kelly vorbei. Schaut bei Lukas vorbei. Und das war's für dieses wunderschönen Video. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.